Was denkst du über die Finale morgen? Es wird ein tolles Spiel sein. Wir hatten ein sehr hartes Spiel, aber es war die perfekte Spiel für uns. Also wird morgen ein tolles Finale sein und ich hoffe, dass alle deutsche Leute uns unterstützt werden. Was denkst du über die topste Team dieser Euro? Frankreich, Deutschland, Schweden. Was ist die Qualität oder die Performance dieses Teams? Die Continuity ist das Ziel. Ich denke, wenn du zu viel auf und runter machst, dann wird es schwer in der Hand. Die Regularität des Teams ist das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Was sind die wichtigsten Facts für morgen, um das Spiel gegen Denmark zu gewinnen? Die wichtigsten Facts für morgen? Ich will nicht sagen, weil wir das Ziel für uns zu gewinnen. Vielen Dank Hugo und gute Glückwunsch für morgen. Vielen Dank.